Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Ah, ich kann auch hier einfach hochklettern. Na komm. Und noch mehr Punkte. Ah, ich dachte schon, ich stürze jetzt ab. Da kann ich mir so einen holen. Da kommt ihr blöden Viecher. Und natürlich auf die Stacheln. Und jetzt wirst du mir wahrscheinlich auch noch mal eine. Nein, perfekt. Was ist denn das? Ach so, ja, Stimmzeuche. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich so über der eklige Gegner. Okay, das geht ja fast wie von selbst. Hey? Wollt schon sagen. Okay. Besser als jetzt tot sein. Weiter stoppen. Ach nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Jetzt kommt wieder der Wind, also warten wir. Der kündigt sich sogar vorher an. Und Treffer. Hier weiche ich aus. Hier weiche ich aus. Hier springe ich drüber. Hopp, hopp. Und geschafft. Ha. Ohne noch mal zu sterben. Im ersten. Anlauf. Oh. Jetzt sieht dahinter schon richtig gefährlich aus. Und hier kommt ein Nest. Und ein Gegner. Mit einem Leben. Na ja, schauen wir uns mal an. Okay. Okay. Ich würde jetzt mal sagen, das lief nicht so gut. Aber ich habe ja gesagt, wir sehen uns den ersten Mal an. Ist anscheinend ein Vogel. Und los geht's wieder. Versuch zwei. Hui. Und springen. Und hüpf. Und hüpf. Jetzt bleibe ich mich einfach hier dran. Kann man nämlich, der Wind gar nichts. Und, ja. Ganz einfache Geschichte. Hänge ich mich wieder hier dran. Och. Ganz simpel. Okay. Das war nicht so simpel. Und toll. Hm. Ich dachte, jetzt treffe ich mal ganz simpel. Zum Glück habe ich mir. Och Gott. Langsam. Ärgere ich mich doch schon so ein bisschen. Okay. Er hat seine Farbe schon gewechselt. Das war knapp. Auch nicht sehr elegant. Und wieder. Hier bin ich anscheinend sicher vor seinem Wind. Mhm. Und möge ich mir erklären, wieso. Was ist das denn? Und wieso habe ich denn das nicht getroffen? Wie gesagt. Macht noch so ein bisschen mir Probleme. in welche Richtung der so sein Greifer macht. Na bitte. Erster Treffer. Ui. Jetzt kommt er bestimmt geflogen. Nein. Kommt er nicht. Und das war natürlich wieder selten dämlich. Wie könnte es schlimmer sein. Ja, na ja. Hauptsache er macht seine Vögel nicht. Oh, ist das lästig. Ich treffe den blöden Greifer. Den Greifer treffe ich wieder nicht. Und jetzt kommt er geflogen. Und das war zu früh losgelassen. Aber ich hätte es wahrscheinlich mit einem Leben auch nicht mehr geschafft. Und hüpf. Und hüpf. Und springen. Und festhängen. Und los geht's. Und Treffer. Perfekt. Oh Mann. Und Treffer. Noch zwei oder so. Und Treffer. Noch zwei oder so. Und noch ein Augenblick. Und er kommt geflogen. Ausgewichen. Und. Nein. Entscheint nicht. Er hat nur seine Farbe verändert. Es ist jetzt aber. Und was hat Miki für Riesenhände. Wie? Jetzt schon Chaosfigur. Wo war der Zwischengegner? Werden die Level jetzt immer kürzer oder was? Ja, anscheinend. Nur zwei Abschnitte? Drei? Da hab ich bestimmt ne Menge verpasst. Was für miserabler Punkte stand. Naja, gut. Dann geht's weiter. Über den Berg. Und in einer Eiswelt. Da ist für jeden was dabei. Wir haben Feuer. Wir haben Angst. Wir haben Berge. Jetzt muss ich wahrscheinlich einen Misch aus allen nehmen. Hm? Das möchte mir doch schon was sagen, wenn manche mir das anbietet. Was zum Geier ist denn das hier? Das verstehe ich wirklich nicht. Aber es ist überraschend glatt. Dann klettern wir einfach nach oben. Na, das war mir klar. Ja, hier funktioniert der Greifer nicht. Wunderbar. Dann bleiben wir ja der Feuerwehrmann. Und weiter geht's. Und... Warum? Ich erahne, wieso... Oh Gott, ist das lästig. Aber der kann die Gegner so schlecht besiegen. Und das war klar. Ich springe die ganze Zeit auf den Kopf. Und genau dann... Oh Gott, das Wasser reicht doch nie mehr zum Leben. Gibt's hier hinten noch was zum Aufladen? Gibt's... Was gibt's da oben eigentlich? Oh Gott. Der rutscht, wie blöd. Wenn ich zu nah dran stehe, macht er natürlich nichts. Aber jeder Schritt befördert mich genau zu weit. Ach, komm. Ist bestimmt sowieso nichts Wichtiges da oben. Will ja auch mal weiterkommen. Na, das war doof. Der ist lästig. Lästig. Und nochmal lästig. Das ist bestimmt auch ziemlich lästig. Ich weiß nicht, wozu das gut ist. Aber das ist bestimmt jetzt total praktisch. Ich vertraue hier überhaupt nichts. Ziemlich unübersichtlich. Na, aber wahrscheinlich nur ein Geheimnis oder so. War bestimmt nicht so wichtig, sag ich mal. Um da jetzt Stunden... ...zu stehen. Oh Gott. Nein, ich verzichte auf dieses Ding. Das wäre sowieso nicht hochgekommen. Und hätte es sowieso... Nein. Ach, egal. Ja, warum in der Eiswelt unbedingt noch ein Feuerwehrmann sein muss. Das erklär mal bitte auch noch irgendwann mal jemand. Ach, Mist. Ha. Keine Ahnung. Dieser Bereich war wieder extrem einfach und extrem kurz. Oh, das sieht nach Gegner aus. Und nachher ein... Wahrscheinlich ein Snowballer. Also hier am Nerfpie. Schlittschuhfahrer. Ach du Scheiße. Okay, bisher ist das ja... Okay. Okay. Hallo? Das ist... Jetzt mal lästig. Wie soll ich denn das bitte abwehren? Ja. Ach, Schlusche. Jetzt ist schon wieder game over.